Und ich begrüße jetzt live für mich im Studio den EU-Klimakommissar und Vizepräsidenten der Kommission, Franz Timmermans, der für die Klimakonferenz Austrian World Summit morgen nach Wien gekommen ist. Guten Abend. Vielen Dank. Guten Abend. Danke schön. Herr Vizepräsident, ein wie großer Rückschlag sind denn diese Abstimmungsniederlagen im EU-Parlament letzte Woche für Ihr großes Klimaprogramm? Ich glaube, es gibt wirklich der Wille, ins Europäische Parlament da noch einen Kompromiss zu finden. Die verhandeln jetzt zwischen den großen Parteien. Ich hoffe, dass die noch in diesem Monat einen Kompromiss finden und dann können wir das noch diesen Monat verabschieden. Ich hoffe, dass das auch im Rat noch geschieht. Dann können die Verhandlungen nach dem Sommer beginnen. Und falls es diesen Monat nicht mehr im Parlament zu einer Mehrheit kommt? Dann haben wir noch einen Monat bis zum Sommer in Europa, dann werden wir es dann wieder versuchen. Aber ich betone, es gab keine ganz große Unterschiede. Es geht um Nuancen in den Entscheidungen. Und ich glaube, die EVPer und die Sozialdemokraten und die Liberalen, die können sich noch finden in einem Kompromiss nach diesem Monat. Und dann haben wir vielleicht eine Entscheidung, die dann auch tragwürdig ist. Jetzt stammt ja Ihr großes Klimapaket Fit for 55 vom letzten Sommer, vor dem Ukraine-Krieg, vor der Explosion der Energiepreise in ganz Europa. Ist jetzt wirklich die richtige Zeit, um weitere finanzielle Belastungen auf Energie in Europa einzuführen? Die Regierung in Österreich zum Beispiel verschiebt ihre CO2-Abgabe jetzt. Wir müssen unsere Energiewende beschleunigen. Es muss jetzt schneller gehen. Wir müssen uns schneller unabhängig vom russischen Gas machen. Wir müssen schneller erneuerbare Energie einführen in Europa. Wir müssen auch schneller dafür sorgen, dass wir mehr Energie sparen. Deshalb haben wir auch diesen Repower EU-Vorschlag gemacht, damit wir, was notwendig ist, auch schneller machen. Damit wir unsere eigene Energiesouveränität in Europa ausbauen, dass wir nicht mehr abhängig sind von den Russen. Das ist ein strategisches Interesse. Und als Sozialdemokrat finde ich es unheimlich wichtig, dass wir das so organisieren, dass es eine gerechte Umverteilung gibt. Dass es die Leute, die es sich leisten können, auch bezahlen. Die Leute, die es sich nicht leisten können, von uns unterstützt werden. Jetzt sind ja tatsächlich Ihre Ziele, gerade was erneuerbare Energien betrifft, sehr ambitioniert. Sie wollen bis 2030 zum Beispiel Solarstrom verdoppeln gegenüber jetzt. Das sind nur acht Jahre. Aber ist das nicht völlig unrealistisch? Die Verfahren dauern jahrelang in den einzelnen Mitgliedstaaten, auch in Österreich. Es gibt zum Teil die Technik nicht, weil zum Beispiel Solarpanele gar nicht verfügbar sind in dem Ausmaß. Und es gibt vor allem die Techniker nicht, die das alles montieren können. Wir machen jetzt Fortschritte, das können Sie sich fast nicht vorstellen. Wir sind bei der Technik jetzt weit voran. Wir machen neue Solarpanele, die wir auch in Europa machen können, mit anderen Verfahren. Wir können auch bei den Genehmigungen viel schneller handeln. Wir haben auch einen Vorschlag gemacht, dass wir sogenannte Go-To-Areas machen, wo die Genehmigungen einmal für ein ganzes Gebiet gemacht werden und dann die Investitionen kommen können. Und dann wir nicht sieben oder acht Jahre brauchen, nur ein Jahr brauchen. Und dann können wir Photovoltaik ausbauen, können wir auch Wind aufs Meer ausbauen. Das sind die Sachen, die wir kurzfristig machen können. Wir können auch unseren Landwirten helfen, indem wir unsere Biomethanproduktion verdoppeln. Das ist gut für die Landwirte, das ist gut für unsere Energieunabhängigkeit. Wir haben keine Zeit zu verlieren, wie länger es dauert, wie schwieriger es wird und auch wie teurer es wird. Deshalb kann man nicht länger Zeit nehmen. Man muss jetzt handeln. Sie setzen auf erneuerbare Energien, aber wie erklären Sie da eigentlich den Österreichern, die gerade zuschauen und mit riesiger Mehrheit Atomkraft ablehnen, dass die EU-Kommission ausgerechnet Atomenergie in dieser berühmten Taxonomie-Verordnung zu einer quasi grünen Technologie erklärt hat. Wir müssen Mitgliedstaaten haben unterschiedliche Bedenken bei Atomenergie. In Österreich ist das überhaupt kein Thema. Die Österreicher wollen das nicht. Die Franzosen wollen das unbedingt. Und es gibt eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten, die wollen gerne mit Atomenergie arbeiten. Aber unsere Aufgabe als Kommission ist dafür zu sorgen, dass es auch auf einer nachhaltigen Art und Weise organisiert wird. Ich finde, Atomenergie ist keine nachhaltige Energie. Aber es kann uns helfen, mit wenigen Emissionen Energie zu erzeugen. Atomkraft hat keine Emissionen, ist damit nicht nachhaltig. Aber es kann uns doch helfen, in dieser Transition nach erneuerbaren Energien wenige Emissionen kurzfristig zu realisieren. Jetzt hat ja niemand von der EU-Kommission erwartet, dass sie Atomkraft in Europa verbietet oder es versucht. Aber dass sie Atomkraft jetzt ausdrücklich noch fördern, ist das tatsächlich vernünftig? Wir fördern. Taxonomie ist keine Förderung. Finanziell schon. Wie der Experte gerade gesagt hat, die Investoren werden sich von dieser Taxonomie nicht überzeugen lassen, wenn die nicht überzeugt werden wollen. Also ist ohnehin egal. Was wir mit diesem Taxonomie machen, ist, wir sagen, der Vorteil von Atomkraft ist, dass es in dieser Übergangsphase uns hilft, die Emissionen zu mindern. Es gibt viel weniger Emissionen mit Atomkraft. Damit sagen wir nicht, dass Atomkraft grün ist. Jetzt wollen Sie von russischer Energie unabhängig werden, haben Sie es jetzt schon mehrfach gesagt. Und die EU möchte Russland auch in der Ukraine, kriegt auch Sanktionen zum Einlenken bringen. Will die Kommission auch weiterhin ein Gasembargo, das die österreichische Regierung ja kategorisch ablehnt? Es muss natürlich so sein, dass die Sanktionen, die wir auf Russland legen, mehr wehtun in Russland als in Europa. Und deshalb müssen wir ganz vorsichtig vorangehen. Wir haben jetzt schon sechs Pakete verabschiedet. Das ist nicht leicht, das wird immer schwieriger, denn es tut immer mehr weh in Russland. Aber wenn es in Russland immer mehr weh tut, tut es auch bei uns immer mehr weh. Und da muss man immer wieder eine Abwägung machen, ist es noch gerechtfertigt, ja oder nein. Wir sind noch nicht so weit, ob wir noch weitergehen. Alles liegt noch auf dem Tisch. Es ist möglich, dass wir auch bei Gas dann auftreten. Aber bis jetzt haben wir noch keine Pläne in der Kommission. Aber letztlich, wenn es eine Art Gasembargo gibt, wird es so ähnlich sein, nämlich an wie das Öl-Embargo. Das heißt mit Ausnahmen für Länder, die besonders abhängig sind, wie es Ungarn zum Sprüggen im Erdöl ist. Ich betone nochmals, wir können keine Entscheidungen treffen, die uns mehr wehtun als Russland. Das macht keinen Sinn. Also wenn wir das machen würden, dann würden wir eine Spaltung in Europa bringen, wo die EU bis jetzt in Schulterschluss gegen Russland aufgetreten ist. Und so muss es auch weitergehen. Die Ukraine will EU-Mitglied werden, hat einen Antrag gestellt. Noch diese Woche wird die Kommission ihre Empfehlung an die Mitgliedstaaten vorlegen, ob man mit der Ukraine Beitrittsverhandlungen aufnehmen soll. Aber ist es politisch überhaupt denkbar, das abzulehnen? Wäre das nicht ein absolut verheerendes Signal gegenüber der Ukraine? Da muss die Kommission noch entscheiden. Das werden wir am Freitag machen. Das Einzige, was ich jetzt betonen will, die Ukrainer, die sterben heute, wenn die unsere Werte verteidigen. Die sind von einem Autokraten überfallen worden. Der barbarische Krieg von Putin ist unerträglich. Und wir müssen dafür sorgen, dass Putin diesen Krieg nicht gewinnen kann. Damit müssen wir die Ukrainer unterstützen. Und wenn die sagen, wir gehören zu euch, dann können wir nicht sagen, nein. Wenn die so, wenn die bereit sind zu sterben für unsere Werte, wenn die damit auch unsere Werte verteidigen, dann gehören die zu unserer Familie. Das heißt, Sie sind dafür, Sie persönlich als Kommissar sind dafür, der Ukraine Kandidatenstatus zu geben? Das müssen wir Freitag noch entscheiden. Ich muss darüber noch mit der Kommissionspräsidentin sprechen. Es gibt auch Mitgliedstaaten, die darüber verschieden denken. Es gibt verschiedene Varianten. Aber alle Varianten führen dazu, dass Ukraine viel näher an die Europäische Union anrückt. Viel näher ist ohnehin unbestritten. Die österreichische Regierung ist bei einer Vollmitgliedschaft extrem skeptisch. Verstehe ich. Oder lehnt sie sogar ab, wie auch manche andere Länder. Sie sagt, die Ukraine ist noch nicht so weit und auch die EU würde sich überfordern. Und jetzt schlägt die österreichische Regierung so eine Art Zwischenstatus vor, auch für andere künftige Mitglieder. Also nicht Vollmitglied, aber auch nicht nur Kandidat. Wäre das sinnvoll? Ich glaube, wir müssen uns einig sein darüber, dass wenn ein europäisches Land sich bewerbt um EU-Mitgliedschaft, dass es unsere Verträge sagen, dass wir dann diese Bewerbung auch ernsthaft studieren müssen. Dass Ukraine heute nicht fertig ist, um EU-Mitglied zu werden, das ist ja klar. Das dauert sehr, sehr lange, bis man so weit ist. Was wir jetzt diese Woche entscheiden, ob die einen Kandidatstatus bekommen oder ob wir noch andere Bedingungen daran verknüpfen, das ist alles möglich. Dann müssten wir als Kommission noch entscheiden. Und dann muss der Rat, dann müssen die Mitgliedstaaten entscheiden. Ich habe großes Verständnis für die Bedenken. Aber ich habe gleichzeitig großes Verständnis für die Mitgliedstaaten, die heute sagen, Ukraine gehört zu uns. Und das müssen wir auch deutlich machen, indem wir Kandidatstatus geben. Also ich habe Verständnis für beide Positionen. Wir müssen versuchen, einen Kompromiss zu finden, der auch von allen getragt werden kann. Letzte Frage. Beitrittsverhandlungen können sehr, sehr lange dauern, muss man nur die Türkei fragen. Wann rechnen Sie denn damit, dass die Ukraine EU-Mitglied ist? Das können wir überhaupt nicht. Das ist das Schlimmste, was man machen könnte, jetzt ein Datum nehmen. Das ist so kompliziert. Die EU-Mitgliedschaft ist so kompliziert. Und dieses Land ist noch so weit von der Mitgliedschaft entfernt, man kann überhaupt kein Datum nehmen. Das ist unmöglich. Herr Vizepräsident Timmermans, vielen Dank für den Besuch. Gern geschehen. Und wir müssen uns an dieser Stelle leider für heute schon von allen Zuseherinnen und Zusehern auf Dreisat verabschieden. Danke für den Interesse und einen schönen Abend noch aus Wien.